Du, du konntest nicht mehr zufrieden. Wieso hat der Shaco Smite dabei? Weil Jungle geht? Weil Shaco Smite braucht, ne? Es gibt genug Shaco ohne Skill. Wenn du drei Puppen hast, geht das auch ganz schnell. Ich komm dann erstmal zu dir, ehe dich jemanden killt direkt am Anfang. Zu mir? Nein, Harun. Warte mal. Ach so, Harun ist einer meiner Abonnenten. Vielleicht hat er mich schon wieder deabonniert. Und damit, nur so ums einfach zu sagen, jeder kann, der Abonnent ist, oder auch nicht Abonnent ist, gern mit mir mitzocken, wenn er Lust hat. RCS, wenn er Lust hat. Ich spiel gern mit allem und jedem. League of Legends. Wenn sie nicht fienden wie Benni. Na gut. Aber selbst dann spiel ich. Ich spiel ja auch mit Benni noch. League of Legends. So, ich komm dann erstmal runter. Zu euch. Geht doch mal. Die Spawner beginnt mit Benni. Die Spawner sells 3.5 oder so. 1.40 Sekunden nach dem Sehntausch. Echt? Nur 10 Sekunden? 15 Sekunden, ja. Unterschied. Gut stimmt, das passt schon. Soll ich einmal meine Kuh draufhauen? Mit Karma? Die macht nicht genug Damage um zu klauen. Ja, ne lieber nicht, weil Katharina haut wahrscheinlich auch ihre Kuh drauf. Dann kann's sein, dass man's teilt. Wo kommt von den Wölfen schon der W2? Mhm. Ich könnte ja meine Ulti jetzt anmachen, aber es bringt eigentlich grad nix. Ne, die hielt noch nicht so gut. So, jetzt so eine neue Hilfe dann. Ja. Also du machst schon nice Damage mit. Boah, 87 AD. Vor allem, wenn er sich so einmal dreht, macht er ja auch übeles Damage. Naja, klar. Ich hab noch den ja auch. Boah, ja. Boah, ja. Hier ist ein Heal. Danke. Äh, du kannst jetzt wieder gehen. Danke. Ach gut, du smitest ihn weg. Hm. Wie ist Bot mit wem? Caitlin. Ach ja, warum war mir das eigentlich nicht klar? Ich weiß nicht, irgendwie sollte ich mir das mal angewöhnen, mal wieder im Ladebildschirm drauf zu achten. Was für Champs die Gegner spielen. Boah. Der hat mich gar nicht, der hat mir gleich nen Crit reingehauen, der Penner, Junge. Wer? Gangplank? Haben die nen Gangplank? Nein. Ich weiß es nicht, wer soll den Crit reingehauen? Der Crit reingehaut die ganze Zeit, dass der behindert. Hallo Leute. Oh Tim, du kommst grad ein paar Sekunden zu spät. Beziehungsweise 2 Minuten und 40 Sekunden. Ich wusste es. Ich hab euch doch auch gesagt, dass ich komme. Ja, aber ich wusste nicht wann. Sorry Tim. Naja, was passiert. Dann wechsel ich mal kurz meine Batterien und komm gleich wieder. Okay, wir nehmen mir grad die Runde noch auf. Wir nehmen die auf. Ja klar. Oh, dann hallo. Hey, komm, komm dort hin. Hallo. Ah lol. Ja, mein Fleisch funktioniert nicht. Boah, geh doch da weg, Varos. Noob. LOL. LOL. Begott man, ich hasse es. Good job. Alter. So, jetzt hab ich mein Schild. So, jetzt hab ich mein Schild. Boah, der Trinamer spielt mit Crit-Rune, ey. Oh, Trinamer ist jetzt so nicht schnubig genug. Ne, mein, ihr habt mir grad, keine Ahnung, 3-4 Crits untereinander reingehauen. Boah, ich muss hier weg, ich bin schon fast tot. Aber, ey, ich komm top. Oh nein. Ey, du kannst doch bot mal ganken, wenn du willst. Ach, ich will leben noch. Nein, ich halte einfach nur. Ja, okay. Boah, verdammt. Das ist ein epischer Varos-Fei verpufft. Eine Sekunde vorm Gegner. Guck mal, was ist ne Fail-Runde. Naja, guck dir mal den Typen da mit an. Ja, loll, leck. Ach so, wo der auch ein bisschen Pack-Retrun hatte, ey. Loll. Ein bisschen gradieren. Also, wenn du mal Zeit hast, dann kannst du auch mal Bot ganken. Ja. Aber ich kann nicht so schnell, weil ich war hier die ganze Zeit top. Na klar. Boah, die Caitlyn trifft nicht mein stationäres Ziel. So, ich bin da. Okay. Hallo Tim. Wie spiel dir denn? Wie spiel dir denn? Wie lang, oder was? Ne, wem spiel dir? Ich spiel Karma. Ich spiel Gehör. Hab Bot nicht Varos, der nicht spielen kann. Auf jeden Fall wirkt's grad so. Oder ich fail grad einfach nur bei einem Support. Kann natürlich auch sein. Okay. Ich komme, Bot. Robert, hast du gesehen? Da so ein Karma-Skin rauskommt. Das ist kein Skin, das ist ein Rework. Naja, oder so, ist mir eigentlich egal. Naja, die Reworks sehen aber immer gut aus. Auf Caitlyn, die ist dort. Leute, warum geht das nicht? Sieh, es ist laut. So wie das sein muss. Hier. Chillt. Komm mal raus! Wo ist sie hier? Klar. Scheiße. Komm weg da. Leute, scheiße man, ich sterbe jetzt auch. So. Na klar, Rice kommt auch noch. Ja, ist klar man. Leute, warum bin ich wieder verstummt? Oh fuck. Boah, 4 gegen 1, äh, 4 gegen 3. Ich muss wirklich auch anfangen einfach immer nur noch mit dem ganzen Team rumzugängen. Das geht ja scheinbar nicht anders. Teamplay, Robert. Teamplay. Ja, Teamplay. Als würde es auch kein Skill erfahren, aber egal, wir können ja auch 5 gegen 1 machen. Bzw. 4 gegen 3. In dem Fall war es ja nun 4 gegen 3, ich finde es trotzdem so lappig. Loll, wirklich mal. Robin, warum hast du Diamander Regeneration? Loll. 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 Angewohnheit. Klar, Rice ist im Killing Spree. Super. Boah, 1-5. Was ist denn das schon wieder für ein Fail-Game? Oh, schon hat sein Ulti. Jetzt schon? Super. Ja, ja. Ich hab meine auch noch nicht, ey. 3-Mails fehlen mir noch. Also, Bot, Carry ist Level 4. Caitlyn Level 6. Geh so weg da gehen! Mensch! Ich hab mir schon sowas angeguckt, ey. Da musste ich mich so kaputt lachen. War es mir sendlich? 100 Pono-Titel in 100 Sekunden. Ich muss mich so wegschmeißen. Weil so irgendwie so Popeye und der Stahlpimmel oder sowas ist richtig geil. Ey, Tim, 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 ich nehme auf. Dann musstest du ab 18 einstufen. Aber ich meine... Ich fände es so genial, ey, boah. Ich könnte nicht anders. Ich muss es euch mitteilen. Die Welt wird erfahren. Hey, Leute, ich hab Ulti. Ich komm bald dort. Und Last Man's Denning, das muss ich mir auch noch mal antun. Aber ganz dringend. Das ist geil. Bist du welchen Part hast du geguckt? Ich hab nur den ersten anfangs geguckt. Von wem? Von wem? Ach so. Ich hab einen Livestream. Last Man Standing. Oh Gott. Warum hast du das halt kennst? Hey, Leute, Leute, Leute. Hast du das für mich abstanden? Good job, komm her. Komm her, komm her. Shit. Danke. Stoppi? Ja, good job. Da. Also, was die Gegner können, können wir auch. Los jetzt, dass sie den Turm kaputt machen wollen. Turm der Meer hat hier oben. Okay? Nee, doch nicht. Pass auf, besser. Wegen seiner Ulti. Dann läuft ich wieder da. Was? Hallo, Benny. Hallo, Benny. Dich gibt's ja auch noch. Nee, ich bin tot. Ist deine Stimme irgendwie tiefer geworden? Ich finde, ich bin grad ein bisschen krank. Benny ist jetzt ein Mann. Benny ist jetzt ein Mann. Oh, ich hasse das halt mal. Benny, haben sie mir ordentlich in die Eier gedreht. Nee, da wird die Stimme ja höher. Wie bei... Liebe Grüße übrigens. Bei Dr. Weißbrot. Boah. Wo kann man's auf? Ja, wir nehmen gerade auf. Ja. Oh. Benny, ich spiel aber auch nicht mit. Ich bin da so nebenbei so ein bisschen zu belustig. Kannst du Brot ganken? Ähm, verdammt. Er sollte erstmal top halten, probig. Mhm. Komm, du schaffst das. Oh, mein Top-Tour ist echt kaputt. Schnell. Mach die Minions down. Wenn du die Minions schnell gefarmst kriegst, dann ist er down. Wenn du die Minions schnell gefarmst kriegst, dann ist er down. Ich bin jetzt gleich geschafft. Verstört oder so. Aber... Drinnen der Messe haben Übungen. Alter, ich bin nicht cool, der noch für seine Kuh hauen. Ähm. 8 Sekunden. 8 Sekunden. Danke.